Jetzt haben wir den EOS Genesis, der wurde mit Absicht auf 870 Euro reduziert und wird da auch wahrscheinlich bleiben. Wir möchten einfach damit zeigen, dass wir eines der besten Geräte trotzdem zu einem günstigeren Preis wie manch andere Mitbewerber, viele gibt es nicht mehr von den Mitbewerbern da anbieten. Das Gerät hat zwei Filter, auch wieder die EOS Filter mit Silizium drin. Es ist praktisch dasselbe Gerät wie der EOS Touch, nur er hat kein Touch-Display sondern hat hier diese Bedien-Sensorknöpfe und wenn man auf ON drückt, das ist so der Vorteil des EOS Genesis. Er spricht natürlich auf Deutsch, ich mach ihn mal aus. Also wenn man das letzte Mal bei Stufe 4, Stufe 3 irgendwie eine basische Stufe aufgehört hat und dann wieder anmacht. Das heißt wir haben das der Firma diese Anlage genauso wie alle anderen Anlagen haben wir die sozusagen an deutsche Verhältnisse anpassen lassen und in dem Fall des Genesis, da muss ich 2500 Dollar dafür zahlen, hat er diese Vorreinigung noch zusätzlich bekommen. Das heißt er startet mit stark saurer Stufe, somit desinfiziert er seinen Auslass, die Elektroden werden andersrum durchflossen, auch dabei desinfiziert die Seite wo das basische Wasser danach fließen wird und danach fängt das basische an. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, neun Elektroden, zwei Wasserfilter, Anzeige der Wasserfilter in Liter, einmal 3000, einmal 6000 Liter haben die Laufzeit aber der zählt hier das Wasser was oben rauskommt. Was man als Vorteil sehen kann, das heißt hier diese Liter pro Minute, die sind immer das Wasser was hier oben rauskommt, nicht wie bei anderen Ionisierern was unten rein kommt. Er spart Abwasser, das kann man dann als Vorteil oder Nachteil sehen, das heißt hier kommt die Hälfte an Abwasser raus, wie hier basisches Wasser rauskommt. Dadurch ist es schwächer, deswegen haben wir den auch stärker machen lassen, aber dafür haben sie jetzt extra super mega duper starkes basisches oder saures Wasser, je nachdem was sie für hier oben ausgewählt haben, wenn sie wollen. Das heißt sie können die aller stärksten Werte auch so stark wie von dem hier über den Abwasserschlauch vorsichtshalber rausbekommen. Das heißt insgesamt die Optik kann ich auch nur sagen sehr zu empfehlen, damit kann man sehr lange Spaß haben, wenn man nicht gleich so viel Geld ausgeben will. Neun Elektroden, extra starke Leistungen, Wasserstoffgehalt, Gehalt im Wasser so stark wie bei den stärksten Geräten, Kalkschutzmechanismus sehr gut, Selbstreinigung einmalig wurde extra von uns so ausgedacht und umsetzen lassen. Kann man aber auch ausschalten. Empfehlung 1a. 2a. Do servicio de alto-falante, o borro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alentando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é escolosso Nossa escola raiz é madeira